Hallo, ich zeige hier mal ein kleines Teil, welches einem beim Filmen zu ruhigeren Bildern verhilft. Und das Ganze für kleines Geld. Ich habe keine 10 Euro dafür bezahlt. Natürlich gibt es auch andere Hilfen, aber der Handgriff hat kaum Gewicht, nimmt wenig Platz weg und kostet im Vergleich zum Beispiel zu meinem Schulterstativ fast nichts. Man schraubt den Griff einfach an und fertig. Der Handgriff ist für kleine und größere Kameras gleichermaßen geeignet. Besonders kleine Kameras hat man so viel besser im Griff. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss! Mann, bitte. Schöpfe, die Silke.